In der New York Times war gestern diese Karikatur, wo diese Herren auf den Podien in Davos sitzen und über soziale Verantwortung sprechen. Und einer der Diskutanten sagt, es geht um die Kluft zwischen den Reichen und den Superreichen. Das ist unser Problem, das ist unsere soziale Verantwortung. Und in der Tat finden wir im Augenblick, gerade auch in Davos, eine Diskussion, die durchaus antagonistisch zwischen den Reichen und den Superreichen geführt wird. Und den Geldwasselfern natürlich geführt wird.